Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man in Word eigentlich so eine leere Seite hier löschen kann, wenn man kurz davor ist, den PC aus dem Fenster zu schmeißen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es unterschiedliche Probleme und somit auch unterschiedliche Lösungen, doch ich zeige dir jetzt einfach mal die drei häufigsten Problemlösungen hierfür. Zuerst sollten wir unbedingt hier oben einmal auf Start bei Absatz dieses Zeichen hier aktivieren, alle anzeigen. Dadurch können wir jetzt nämlich alle Formatierungszeichen hier relativ gut erkennen und ich denke bei Seite 2 siehst du auch schon, das ist übrigens die einfachste Form von der Lösung, dass hier einige Absätze drin sind, die wir jetzt einfach mal löschen können. Hierfür entfernen, nochmal entfernen und kannst sehen, schon ist die erste leere Seite weg. Das zweite Problem hier tritt auf, wenn eine Tabelle bis ganz nach unten bis zum Seitenende reicht, denn nach einer Tabelle erscheint auch immer so ein Absatz hier, der einfach nicht löschbar ist. Ich kann zum Beispiel entfernen drücken, es tut sich überhaupt nichts. Und dadurch wird diese zweite leere Seite erzeugt. Zur Lösung müssen wir hier wieder auf Start gehen, dann hier unten rechts bei Absatz einmal draufklicken und jetzt bei Abstand vor auf 0 PT setzen und auch hier nach auf 0 setzen. Wenn wir das haben, rüber zum Zeilenabstand gehen und hier nicht mehrfach auswählen, sondern einfach und das Ganze mit OK bestätigen. Jetzt einmal noch unseren Absatz hier markieren nach der Tabelle und die Schriftgröße auf 1 setzen. Dadurch wird jetzt nämlich dieser Absatz hier unten so klein, dass er keine extra leere Seite mehr benötigt, sondern wenn man zum Beispiel ganz nah hinzoomen, kann man es auch sehen, hier unter der Tabelle noch Platz findet. Das dritte Problem ist meistens dieser versteckte Abschnittswechsel hier. Hier haben wir dasselbe Problem, dass auf der nächsten Seite nochmal ein Absatz eingefügt wird, den wir einfach nicht löschen können. Und wenn du diesen Abschnittswechsel aus Versehen drin hast, dann einfach mal vor diesen klicken, also den erkennt man relativ gut an den Doppelpunkten hier und auch an der Schrift Abschnittswechsel. Ich klicke erst davor hin und dann entferne ich diesen einfach einmal und somit haben wir nämlich hier dann auch keine leere Seite. Falls wir den Abschnittswechsel hier unten bewusst gesetzt haben, da wir einfach auf Seite 1 eine andere Formatierung haben möchten, als auf Seite 2 und Seite 3, dann sollten wir dies natürlich auch auf jeden Fall drinnen lassen. Und dann geht es am einfachsten, wenn wir das Ganze in ein PDF umwandeln und anschließend Seite 2 einfach aus diesem PDF rausschneiden. Hierbei müssen wir nur auf unsere Seitenzahlen aufpassen, da ja anschließend hier Seite 1 ist und das Ganze hier Seite 2. Deswegen jetzt mal bei meiner leeren Seite hier einen Doppelklick darauf machen, dass ich meine Seitenzahl auswähle, dann einen Rechtsklick mit der Maus und auf Seitenzahl formatieren klicken. Jetzt möchte ich hier unten nicht mit dem vorherigen Abschnitt fortsetzen, sondern einfach mal beginnen bei auswählen. Und nun muss ich schauen, hier ist normalerweise Seite 2 eingegeben, diese Zahl muss ich minus 1 nehmen, also Seite 1. Hier jetzt mit OK noch bestätigen und wir können sehen, dass wenn ich das Ganze jetzt als PDF danach ausschneide, dass hier Seite 1 ist und hier hinten geht es mit der Seite 2 weiter, so wie es auch sein sollte. Nun gehe ich hier oben links mal auf Datei, dann anschließend auf Exportieren, PDF-Dokument erstellen. Das Ganze kann ich jetzt in meinem Explorer auch dementsprechend abspeichern, bei mir einfach auf Downloads einmal. Und ich klicke auf Veröffentlichen, dass es auch abgespeichert wird. Nun öffnet sich das Ganze und ich kann weitermachen. Zum Entfernen jetzt einmal am besten diese kostenlose Webseite von PDF24 öffnen. Den Link habe ich natürlich auch unter dem Video in die Videobeschreibung gepackt. Dann gehe ich hier einmal auf Datei wählen drauf. Anschließend muss ich nochmal bei mir bei Downloads meine entsprechende PDF auswählen. Das Ganze mit Öffnen bestätigen. Und hier kann ich jetzt nach einer kurzen Zeit, wenn es geladen hat, nämlich ganz einfach meine entsprechende Seite hier rauskicken. Ich klicke also auf den Mülleimer. Schon wird das Ganze entfernt. Danach noch auf PDF erstellen gehen. Jetzt dauert es wieder einen kurzen Moment. Und wir können die veränderte Datei hier downloaden. Wenn wir die neue Datei jetzt auch noch öffnen, dann können wir auch super sehen, dass wirklich diese zweite, die leere Seite rausgenommen worden sind. Und auch meine Seitenzahlen hier perfekt über allen stimmen. Und somit haben wir bei Word jetzt auch schon eine leere Seite gelöscht. Und mich würde jetzt einfach mal noch interessieren, welche Lösung bei deinem Dokument einfach geholfen hat. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.